Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Wartung von Bloons Tower Defense 6. Wir werden heute versuchen, diese Fähigkeit freizuschalten, dass man seine Bloons klein machen kann. Das bringt überhaupt gar keinen Vorteil im Spiel, aber die Bloons sind dadurch klein und das ist witzig. Und da man dafür den Alchemisten braucht, werden wir nicht den Quincy nehmen, sondern den oben als Champion. Und wir werden auf der Stämme-Map spielen, auf leicht, weil das die einfachste Map ist, von den leichten Maps finde ich zumindest. Und ja, wie gesagt, man muss halt, um diese Fähigkeit zu bekommen, diese Bloons klein zu machen, eine Million Bloons klein machen als Alchemist auf Stufe 5. Also auf 005 Alchemist muss er eine Million Bloons klein machen. Das ist heute unser Ziel. Und das Ganze muss passieren, bevor man die Runde 100 schafft. Man muss aber, glaube ich, nicht Runde 100 schaffen, um überhaupt diese Fähigkeit zu bekommen. Nur bis Runde 100 muss man halt eine Million Bloons klein machen. So, und jetzt wollen wir uns natürlich erstmal den Säurepool und danach auch das Schnelle werfen. Denn das ist jetzt erstmal sehr, sehr wichtig. Ich möchte auf jeden Fall den Alchemisten auf 003 mindestens bringen, weil ab dann kann er Eisenbloons in Geld verwandeln und wir brauchen wirklich sehr, sehr viel Geld dafür. So, dann haben wir jetzt auch Spur zum Gold. Und da gleich ja auch schon diese ersten Eisenbloons ankommen, wird das sehr, sehr gut sein. Ich glaube, jeder Eisenbloon, den er dann verzaubert, gibt dann irgendwie 50 extra Gold oder sowas. Also lohnt schon mega irgendwie. Und ich glaube, die Bloons kommen 1, 2, mindestens 3 mal an... Na, sogar 4 mal. Die kommen 4 mal an denen vorbei. Also wirklich bei jedem Viereckfelder. Mega krass. Also selbst wenn was durchkommen sollte, dann greifen sie die später trotzdem nochmal an. Und ich glaube, ich werde hier nochmal so eine Nagelmaschine hinpacken ans Ende. Dann sind wir safe, falls wirklich mal irgendwas durchkommt. Und vielleicht helfen wir ihm noch ein bisschen mit einem Alchemisten einfach daneben. Und den packen wir einfach auf mindestens 2,00. Weil dann sollte doch diese Nagelmaschine jetzt auch schneller seine Teile verteilen, oder? Ah ja, sieht gut aus. Also zumindest hat er diese grünen Dinger obendrauf, dass er irgendwie verbessert wird. Passt schon. Oh geil, der macht sogar die Tarnbloons kaputt. Ich glaube, ich hätte sonst nämlich gar nichts gegen die Tarnbloons gehabt, ne? Okay, super gut. Habe ich ehrlich gesagt nicht dran gedacht an die Tarnbloons. Aber klar, wenn die in diese Nagel reinlaufen, die sterben dann natürlich auch. Easy hole ich mir dann auch den 402er hier. Ja komm, verbessere einfach nur die Nagelmaschine. Ist mir vollkommen egal. Wie krass, der ist. Okay. So, was wir sonst noch machen könnten, wäre dieses U-Boat hinpacken. Ich habe jetzt nämlich gelernt, dass U-Boat auf 5,00, also diesen Energizer, der ist richtig gut, wenn man aktive Fähigkeiten hat. Weil diese Energizer macht irgendwie das, lass mich lügen, 15% oder sogar 25%, dass die Abklingzeit verringert wird um diesen Prozentwert. Und das ist halt ultra gut im Late Game. Weil wir haben ja zum einen durch oben zwei Attacken. Dann werde ich garantiert auch noch ein Affendorf hin platzieren, das wir zu den Affen da bekommen. Und eventuell könnte man noch einen Schraubenschlüsselaffen, ich vergesse mal, wie die heißen. Aber den könnte man auch irgendwann tun. Und der hat ja dieses Überladen auf 0,40. Das ist halt auch mega gut. Und das U-Boat ist sowieso eines der geilsten Affentürme, die ich in diesem Spiel kenne. Ich liebe den so sehr, weil der einfach über die ganze Map angreifen kann, wenn da 2,00 ist. Das ist so ein geiler Affe. Oh, wir sind jetzt schon fertig mit der leichten Challenge hier. Aber wer das bis Runde 40 nicht schafft, der sollte vielleicht kein Blut spielen. Naja, wir holen uns jetzt mal hier so einen Affenpionier. Genau so heißt der. Aber wohin? Vielleicht hier oben? Oder doch hier unten? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht erstmal lieber das Affendorf. Da sind dann noch alle anderen Affen drin. Und wenn wir jetzt den Affenpionier hier unten noch mit hin tun, ja, dann ist er auch noch beim Affendorf mit drin in seinem Radius, damit er auch verbessert wird. Ich glaube, das ist ganz gut. Und da unten hat er dann schön viel Zeit, auch sein Blubberbläschen da hinzupacken. Das ist in Ordnung. Und diese Übertaktenfähigkeit wird ja dann auch verbessert werden mit dem U-Boot. So, erstmal das Affendorf auch verbessern, damit die jetzt alle die Tarnblunt sehen können, damit die Nagelmaschine das nicht alles alleine machen muss. Und dann sparen wir jetzt auch einfach da drauf, die Nagelmaschine zu 0... Ja, da haben wir es auch schon. Tödliche Nägel. Aber ich kann mir leider diese Permanägel nicht leisten. Das ist richtig set. Wie kostet das? 29.500. Ich habe nur 27.000. Verdammt. Vielleicht kriegen wir es noch hin in dieser Runde. 2000 XP. Ja. Könnte es kommen. Mal gucken. Hier ist natürlich schon einige Affen auf dem Spielfeld. Und wer es nicht weiß, umso mehr Affen man hat, umso weniger XP bekommen die einzelnen Affen dann auch auf dem Spielfeld. Das ist ein bisschen komisch, aber wir könnten uns nochmal so eine Affenfarm hier leisten. Da soll der beste Weg sein. Die Affenbank, habe ich gehört. Und der Psy hat mir auch schon bestätigt, als ich ihn gefragt hatte. In der Affenbank könnte immer nur 7.000 Geld drin sein. Also wenn ihr eine Affenbank baut, Leute, dann geht doch mal auf die Affenbank raus. Das wusste ich nämlich vorher nicht. Und kollektet immer euer Geld, bevor die 7.000 da sind. Oder spätestens, wenn in der ersten Runde halt die 7.000 voll sind. Und zwar schenkt ihr Geld und das ist nicht gut. Aber man sollte das Geld halt schon so lange drinnen lassen, wie geht, weil man kriegt ja in jeder Runde 15% Zinsen immer auf das Geld, was drin ist. Und ich habe auch schon gehört, es gibt anscheinend ein Affenwissen. Wir wollen uns jetzt erstmal übertakten. Das ist übrigens auch mega geil. Aber es gibt ein Affenwissen, dass da dann, glaube ich, 9.000 drin sein können in der Bank. Und mit diesem Übertakten werden wir natürlich unsere tolle Nagelmaschine übertakten, damit die schön viele Nägel produziert. Bin mir nicht sicher, ob das was auf den Alchemisten bringt. Deswegen lasse ich es lieber erst mal auf der Nagelmaschine sitzen, auf der sicheren Seite. Und übertakten macht meines Wissens, also zumindest, dass die Leute schneller angreifen oder in diesem Fall schneller produzieren bei der Nagelmaschine. Ich bin mir nicht sicher, ob sie dadurch auch stärker werden, also dass sie da Durchschlagskraft oder so bekommen, aber ich glaube nicht. Und jetzt könnten wir eigentlich darauf sparen, auf diese 34.000 für den Alchemisten, weil wir sind jetzt schon bei Runde 50 und der Alchemist ist gerade mal bei 4.000 geplatzten Bloons. Wir müssen halt auf über eine Million kommen. Und ich vermute mal, bis Runde 60 werden wir auch die 34.000 haben, dass wir dann den Alchemisten auf 005 bringen können. Und jetzt schon. Geil. Nice. Und jetzt wird er halt alle Bloons klein machen. Dieser Typ ist sowieso ultra krass, dieser Alchemist. Und ich glaube nämlich, der macht sogar auch die Moabs klein. Warte, wir gucken mal. Ja, guck, der ist einfach weg. Der eine Moab war einfach weg. Ich weiß jetzt nicht, wie häufig der das macht. Macht das häufiger, wenn wir ihn übertakten. Hm. Also seine Verwandlung macht er anscheinend nicht so häufig. Aber wenn er die Verwandlung macht, dann ist dieser blaue Moab ist dann einfach weg. Einfach weg rationalisiert. Mega witzig, der Typ. Okay, ich glaube, ich werde jetzt das Übertakten immer auf meinen Alchemisten packen. Ja, die Zahl steigt auf jeden Fall jetzt schon ein bisschen schneller an. Das ist witzig, wie diese ganzen Moabs immer weggehen. Alle drei einfach weg. Alle vier einfach weg. Was ist denn mit den Alchemisten los? Okay, der wird sowas von schnell seine Blut einfach sammeln. Also seine Platzrate. Die wird so schnell steigen. Das ist heftig, ne? Zu 004 bis 005. So ein krasser Unterschied. Und wir haben zu den Waffen. Nice. Ich dachte übrigens, das heißt zu den Affen, aber es ist einfach zu den Waffen. Da haben die Gag-Potenzial liegen gelassen, finde ich. Wir werden das Affendorf auch noch auf 0 oder auf 5x bringen. Weil dann dieses zu den Waffen 20 Sekunden hält, statt nur 10, meiner Meinung nach. Ist halt alles super krass. Und wenn wir jetzt noch das U-Boot auf 5xx bringen, dann hat hier sowieso jeder verloren. Dann können wir, glaube ich, gar nicht mehr verlieren, oder? Also Stufe 100 oder Runde 100 müsste drin sein. Ja, hier müsste es ungefähr bei 100.000 geht noch ein bisschen schleppen voran, ne? Mit der Zahl, die er da hat. Wir brauchen halt noch 900.000 mehr. Das ist schon echt heftig. Ja, irgendwie sieht das aus, als wenn diese kleinen Blumes einfach nicht so viel bringen. Guck mal, so ein großer blauer Moab, der bringt, ja, einfach ein, naja, fast 1.000. Ich glaube so 700 oder was. In den späteren, also nach Runde 80, kommen ja sowieso viel mehr Moabs an. Ich glaube, dann könnten wir das sogar hinbekommen, dass der Alchemist noch ein paar Punkte dazu bekommt. Ich hoffe halt, ich habe ihn jetzt nicht zu spät geupgradet. Wir sollten hier auf jeden Fall gleich noch die 34.000 haben, für die X5Xer-Verbesserung. Komm ab und auf. Oh, da kommen aber richtig viele Dinge an. Oh, wo kommen die durch? Na, die bleiben alle liegen hier, ne, beim Wald. Wie viel der Wald aushält. What the fuck? Dann merks du dir, Das ist so heftig. Hier brauchen wir noch für Pärmerstacheln immer noch 900. What the fuck? Wie langsam man da nur XP bekommt. Okay, inzwischen sind wir auf jeden Fall schon bei 300.000. Und das nur in diesen paar Runden. Also ich glaube, bis Runde 100 kommt man jetzt easy noch auf eine Million. Da, guckt euch das an. Guck mal, wenn er einmal, wenn er da mal was macht, dann kommen da einfach so 4.000 Punkte zu. Ja, guck mal. Ja, doch so. Das steigt jetzt, glaube ich, exponentiell schnell an. Je weiter die Runden gehen, weil einfach immer mehr dieser Moabs kommen. Ich glaube, gegen diese Moabs ist er halt ultra gut. Gegen diese kleinen eher nicht so, aber alles andere mega geil. So, und jetzt haben wir auch gleich die 34.000. Ja, ja, danke für die letzte Stufe. Können wir auch gleich einsetzen. Und Was geht denn mit oben ab? Aber es wird nicht nochmal verbessert, oder? Dass die dann noch schneller angreifen? Es hält einfach nur länger an, glaube ich. Aber diese 5er-Affen, die können gar nicht schlecht sein. Immer schön alles auf Level 5 bringen, ja. Moabs, was sind Moabs? Wie da immer nur ein roter Ballon rauskommt. Das waren alles riesige Moabs, diese roten Ballons. Das ist so Fabi, Mann. Jetzt ist er schon bei 500.000. Das geht ab. Die Zahl steigt wirklich exponentiell schnell an hier. Holy Crap. 20.000, einfach mit einem Schuss. Oh, nein, die DDTs. Der war meins und schuld weg. Die überraschen mich aber wirklich auch jedes Mal wieder. Kommen die in Runde 90, oder was? Ich habe immer wieder Angst vor diesen schwarzen DDTs. Ich glaube, das wird sich nie ändern, egal wie lange ich diese Spiel spiele. Loin. Oh, und das ist einfach schon Schufe 20. Alles klar. Läuft bei ihm. Oh, was? Hä, wir haben jetzt schon die Errungenschaft bekommen. Hat das schon eine Million? Er hat doch eine Million. Nee, das ist weird. Mir wurde gesagt, man braucht eine Million dafür, aber es ist auch gar nicht bei einer Million. Ich habe jetzt schon die Errungenschaft dafür bekommen. Habe ich jetzt auch schon diese Fähigkeit bekommen? Eigentlich schon, ne? Weil die Errungenschaften sind ja immer damit gekoppelt eigentlich. Wie viele, oh, man. Diese ganzen DDTs, das ist nicht gut. Vielleicht sollte ich mal den oben übertakten. Oh, shit. Kommt, wir kommen da was durch? Nee. Ich werde jetzt oben übertakten, weil ich habe ja anscheinend schon die Errungenschaft und ich glaube, der oben macht tatsächlich trotzdem mehr Schaden als der Alchemist. Und weil der Alchemist halt nicht permanent die Dinger kleiner macht. Aber wenn er sie klein macht, dann ist es ultra heftig. Das ist so krass, dass er aber auch die Zombs klein machen kann. Und wir haben genug Geld für den Energizer. Dadurch sind jetzt unsere aktiven Fähigkeiten runtergesetzt, dass wir sie häufiger einsetzen können. Und wir brauchen immer noch 400 XP für die, für die Nagemaschine. Game, son, game. Oh, gepanzerte DDTs. Runde 99. Oh Gott. Wieso halten die so viel aus? Hey, die gehen auch alle durch den Wald durch. Scheiße. War ich verloren? Soll ich mal zu den Waffen hier benutzen? Wenn da einer von durchkommt, habe ich... Ja, fuck. Was? Ich hätte vielleicht noch mal einen neuen Wald hin platzieren sollen. Ich habe auch relativ spät dem Übertakten reagiert. Aber trotz Level 99 habe ich einfach das Ding bekommen hier. Du hast M für Mini genommen anstatt J für Jumbo. Genau das ist das doch. Wenn ich das jetzt einsammle, dann habe ich die kleinen Bloons. Tatsächlich. Hä, lol. Okay, so man muss wirklich nur eine Million vor Runde 100 schaffen. Und dann hat man das. Mega. Ach, und jetzt kann ich hier in die Einstellungen gehen bei Extras und die kleinen Bloons aktivieren. Ja, ja. Ich habe es tatsächlich geschafft. Wie gut ist das denn? Ja, aber wie gesagt, das bringt jetzt nichts in-game. Außer, dass... Wir können uns das ja einmal kurz angucken, dass die Bloons kleiner sind. Schauen wir mal. Ja, kleine rote Bloons. Wie gut ist das denn? Awesome. Aber ich glaube, die haben trotzdem dieselbe Hitbox. Von dem her ist das egal. Aber man hat ein bisschen mehr Übersichtlichkeit. Nennen wir das so? Übersichtlichkeit? Ja, bei den Worms ist das auch. Ich mag das. Ich glaube, ich werde das permanent aktivieren. Und man kann es aber anscheinend nicht in den Einstellungen im Game ändern. Also, dass die da dann plötzlich wieder groß werden. Geht also nur außerhalb des Games. Aber ist ja okay. Cool. Aber damit haben wir das auch geschafft. Ich bin sehr heavy darüber. Und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr das vielleicht noch nicht wusstet, dann lasst ein Like da. Und dann würde ich sagen, vielen Dank für's Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.